Bei den Zempel-Ausgrabungen, auch die ganze Universität, liebe Gesetze, bitte. Warum war der Architekt Sinan so berühmt? Entschuldigen Sie, bin ich für Landweiler. Wenn Sie Landweiler können, können Sie sagen, er hat uns weich. Dann können wir auch die, wenn ich vielleicht kein Problem. Aber den Architekt Sinan, drei Minuten müssen Sie hören, wirklich. Wenn Sie mal in Deutschland sind, gehen Sie in ein renommiertes, wenn Sie die Architektur und wissen, dass Sie in der Architektur zusammenarbeiten. Dann müssen Sie zuerst weg und schauen, dass Sie einen alten Landkrieg demonstrieren werden. Es gibt einen kleinen, kleinen Antizisten, und diesen Baumraum, der Fraktur und der Frankreich sind. Wir wollen jetzt restaurieren, aber es war sehr schwierig, ein Bauwerk konstant zu restaurieren, weil er hat bei seinen Werken nur 100% gearbeitet. Und eines Tages, ein einfacher Arbeiter an den Geschwürzteil, einfach ein Geräte, beim einen Geräte. Wir wollen hier. Wir wollen hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, Tudaka. Hey, wait, wait, wait. Ja. Willst du mir nehmen deine Bilder? Vielen Dank. Fokus? Ja. Hallo. Hallo! Vielen Dank.